Hier ist dein Oliver und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Einfach Verkaufen. Und in der heutigen Folge geht es mal mehr um mich. Denn ich war eingeladen zu einem Radio-Interview und wenn du es nicht geschafft hast, dir dieses anzuhören, dann wäre es ja schade, wenn ich dir das vorenthalten würde. Und deswegen kommt in dieser Folge einfach jetzt das Interview, das ich führen durfte im Radio. Und du erfährst noch so ein bisschen mehr Persönliches über mich und ich wünsche dir dabei natürlich viel Spaß. Also, jetzt geht's los. Podcast. Podcast. Zuhören, denn sie wissen, was sie tun. Wenn sie reden, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zuzuhören. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten. Sie geben ein großes Stück von sich selbst, um andere zu verändern. Los geht's. Ohren auf. Ich drück mal auf die Play-Taste. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Experten-Podcast. Mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Experte. Das ist Oliver Bestier. Oliver, schön, dass du da bist. Danke. Wir möchten dich natürlich am Anfang erstmal ein bisschen genauer kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem, was du machst. Ich bin der Oliver Bestier. Bin 33 Jahre alt oder 33 Jahre jung. Das darf jeder selber entscheiden. Und bin Experte für das Thema Vertrieb, Verkaufen. Allerdings auf eine sehr spezielle Zielgruppe. Einmal im B2B und auch noch zuständig oder habe mich auserkoren dazu, Mentor zu sein für junge Leute, die in den Verkauf starten wollen. Und die dann noch so den einen oder anderen Punkt brauchen oder Unterstützung brauchen, um da auch richtig starten zu können. B2B, was heißt das? Unternehmensberatung oder Unternehmensunterstützung, die merken, okay, wie können wir uns vertrieblich noch besser aufstellen oder mit welchen Marketing-Tricks könnten wir den Markt noch besser erobern oder uns auch die nächsten Jahre weiterentwickeln. Und der andere Bereich ist halt eben, dass ich mich mit jungen Verkäufern beschäftige oder Verkäuferinnen, die merken, okay, der hat dementsprechend den gleichen Hintergrund, wie ich ihn gerade habe. Und das könnte die richtige Person sein, die mich dabei unterstützt. Warum interessierst du dich dafür oder warum hast du dich dafür entschieden? Ich sehe das ein Stück weit für mich als Mission. Ich bin sehr jung in den Vertrieb gestartet, mit 21, gnadenlos gescheitert. Also die Umsatzzahlen waren einstellig. Um das mal so zu beschreiben. Und in so einer Vertriebstagung dann nachher mit den ganzen Alphatieren, die vor mir saßen, habe ich dann leider feststellen dürfen, dass es nicht so schön ist, auf dem letzten Platz zu sein in der Vertriebsliste. Und dann kamen halt so die ersten auf mich zu, rote Laterne, das wird sowieso nichts, vergiss das mit dem Thema Verkauf. Und mit 21 glaubst du das ja natürlich erstmal. Und ich habe gesagt, nee, ich werde mich weiterentwickeln. Ich werde das Thema Vertrieb so für mich verinnerlichen, dass ich besser werde. Und durfte später in einem anderen Unternehmen mit 27 schon die erste Führungsposition übernehmen, mit eigener Mitarbeiterverantwortung, mit Umsatzverantwortung. Und habe dann ein paar Jahre später für mich entschieden, okay, ich möchte das nicht nur für ein Unternehmen anbieten, sondern vielen anderen Unternehmen. Oder halt eben jungen Menschen, die gerne auch in den Vertrieb starten wollen und nicht das erleben möchten, was ich erlebt habe. Was mich wundert ist, dass eben, weil du ja auch gesagt hast, du warst 21, du hast von den Älteren gehört, lass das lieber. Warum hast du da nicht drauf gehört und warum hast du daran geglaubt, dass du das hinkriegst und nicht gedacht, na, okay, dann ist das wohl nicht meins. Ich bin ja noch jung. Das Schöne ist, sobald bei mir Widerstand entsteht, umso größer der Widerstand, umso mehr ist bei mir das Potenzial geweckt. Jetzt beweise ich es euch erst recht. Jetzt zeige ich euch, dass das funktioniert. Es hat funktioniert. Damals hatte ich nicht die Möglichkeiten, mit YouTube oder ähnlichem, sage ich mir mal, den Input zu holen, den es gebraucht hätte. Und heute habe ich halt eben die Möglichkeit, selber für junge Menschen da zu sein, denen zu helfen und denen eben nicht solche Illusionen zu erzählen, das funktioniert sowieso nicht, lass das lieber bleiben. Weil ein Stück weit ich mich in der Verantwortung sehe, wenn sich keiner mehr traut, in den Vertrieb zu starten, wer soll in Zukunft in der deutschen Wirtschaft noch unsere Produkte oder unsere Dienstleistung verkaufen, wenn keiner mehr verkaufen möchte. Schon gar nicht sich mehr traut. Und was sind das für junge Menschen, die da auf dich zukommen? Also vor welchen Problemen stehen die? Was haben die für Fragen? Was haben die für Stolpersteine, die in den Weg gelegt werden? Also aktuelles Beispiel hatte ich jemand auch, 21, der gesagt hat, Mensch Olli, ich würde mich gerne bewerben, was würdest du denn in die Bewerbung reinschreiben? Habe ich gesagt, die Bewerbung schreibst du erstmal gar nicht, die legst du beiseite. Weil was du machst, du rufst die Person an, die es betrifft. Also wie im Verkauf findet den Entscheider, der nachher überhaupt dafür verantwortlich ist, der dich auch einstellt. Und du rufst den an und sagst, hallo Herr Müller, sage ich jetzt mal. Sie wissen es noch nicht, allerdings bin ich ihr neuer Mitarbeiter, genau den, den sie gerade suchen. Und das zieht? Das zieht, weil es keiner macht. Weil er sich damit einmal vorverkauft, vorqualifiziert. Und das hat den Riesenvorteil, wenn nachher zehn Bewerbungen bei dem Herrn Müller auf dem Tisch liegen und eine davon ist von meinem Klienten oder von meinem Kunden, dann wird der sich an den erinnern und wird sagen, naja gut, wenn der sich schon traut, bei mir anzurufen, sich bei mir zu melden, versucht sich selber zu verkaufen, dann weiß ich, dass der das auch in Zukunft für mein Unternehmen machen wird. Und das stimmt. Das geht auf. Man merkt, du brennst dafür. Das ist absolut mein Thema. Ja, leider sieht man dich nicht, aber man sieht richtig das Strahlen in deinen Augen, dass du da voll dahinter stehst. Wir möchten dich jetzt aber als Person auch noch ein bisschen näher kennenlernen, denn wir wissen jetzt schon, was du machst und wie du das machst. Aber wir kommen jetzt zu unserer Kategorie Fast Lane. Bedeutet, kurze Frage von mir, kurze spontane Antwort von dir. Wir legen gleich los. Was wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, der du heute bist? Augenarzt. Da muss ich jetzt mal nachfragen, warum das denn? Das habe ich als Kind zu meiner Mutter gesagt, weil sie mich fragt, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Ja, am liebsten Augenarzt. Der typische Kinderwunsch. Weil das Bild, was ich habe, ist wenig Arbeit, viel Geld verdient. Dein größter Fehler? Mein größter Fehler? Gute Frage, warum ich nicht früher hier gesessen habe. Welche Fehler kannst du am ehesten bei anderen verzeihen? Notlügen. Wen würdest du gerne einmal persönlich kennenlernen? Donald Trump. Dein Lieblingskünstler, deine Lieblingskünstlerin? Jessie J. Und zum Abschluss dein Motto? Geht nicht, gibt's nicht. Das sind doch schöne Schlussworte hier für unseren Experten-Podcast mit Oliver Bestier. Oliver, danke schön, dass du bei uns warst. Danke, Ines. Tschüss. Tschüss. Zuhören. Denn sie wissen, was sie tun. Sie sind zwar nicht als Experten geboren, und trotzdem die geborenen Experten. Musik Sie sind zwar nicht als Experten. 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 Sie sind zwar nicht als